Die Zeit ist gut, so man sei bei dir, und, und, die mit den Augen weh, nur ein, du machst du diese Reise, das eine gute Schuessore. Nur ein, du machst du diese Reise, das eine gute Schuessore. Du kannst dich, deine Schuess, behaupten, wie du als Mächste sie entkommt. Die Weisheit wird dir treu zu haupten, den treuen Weg getrohen rum. Die Weisheit wird dir treu zu haupten, den treuen Weg getrohen rum. Die Weisheit wird dir treu zu haupten, er wird dir treu zu haupten, er wird dir treu zu haupten. Von heute, der mich meine Jahre, zu deinem Dienst, der als ich weint, von heute am besten zur Wahl, der jedes Leben damit streut. Von heute am besten zur Wahl, der jedes Leben damit streut. Guter Morgen, Ola, liebe Brüder und Sastre von Wied und Bräut. Und der Spie, von wo immer ihr seht, muss der Herr hier von diesem Morgen mit sein. Ich möchte gleich ein paar Fragen zu lesen. Es ist Korinther, Kapitel 1. Vers 1, der streue, wo Paulus die Gemeinde begrüßt hat. Er sagt, Paulus berupte dem Apostel Jesu Christi durch den Weilen Gottes. Paulus berupte dem Apostel Jesu Christi durch den Weilen Gottes. in unsere Städte. Genug das mit Jungen und Frieden von Gott, dem Frieden von unserem Herrn Jesus Christi. Paulus berupte dem Apostel Jesu Christi durch den Weilen Gottes. Er sagt, dass er heute die Gemeinde begrüßt hat, wo immer der Topf wäre. Alle die, die die Namen Jesu Christi durch den Weilen Gottes gegrüßt hat. Er sagt, dass er heute immer so klar ist, dass er das Wort nicht sein soll. Das er sagt, dass er den Weilen Gottes gegrüßt hat. hier an der Gemeinde, hier an der Versammlung. Woran? Wir roben den Namen Jesu an. Dankeschön für uns hier willkommen heute. Dankeschön für die Einladung. Und dankeschön für alle zu sein. Vor Jahr 3 hat Jakob mich auch gefragt, hier eine Botschaft zu bringen, aber vielleicht habe ich festgestellt, dass sie eine Narbe, die Hülle oder Taub, die verschwenden Hüße. Weil ich hier eine Botschaft zu bringen, aber wir sind nicht dort. Wie wir uns festgestellt haben, dass wir heute nicht können, aber wir brauchen auch noch Covid-19 zu sein, auch warten und alles. Wir sind hier, und wir sind hier, dass wir Gott sind. So, wir freuen uns, dass wir uns gelangt haben, oder Taub, Gott sind woord zu doden, in einer Einigkeit, in einer Leuwe, zu schaffen, dass wir Gott kennen, daunen. Ein Tag, dann wollen wir von Juni, Predias in Alberta hier sein. Die Renns ist ope, wenn du Ewa fliehen, und die Tjeit ist auch ope, auch ans Haus. Gau dir die Gemeinschaft haben, würde man es auch zu freuen. Auch unsere Tjeit-Mensche, würde sich zu freuen. Die haben dieses Werk deutlich gehört, und oben mal, und vielleicht will ich alle auf oben mal, ich wünsche, wie du alle auf oben mal gewast. Ich wünsche, wie du alle durchfühst, eine feine, klare Erklärung, eine Verstuhung, gewast, und deutlich genommen, und dort. Und, so wurde er dann von dir hier, und ich, ich wünsche, die sind hier von dir, auch wegen, eine jährliche Ursache, und nicht, wenn es wegen Menschen wird sein, dann würde ich dort vielleicht nichts anholen, aber John Hiebert hält das vielleicht nichts an. Und wir sind einmal Menschen, wir merken Fehler, wir werden dort nicht alle erreicht, wir können nicht, wir sind immer an der hier vor, Menschen zum Gefallen, verzeht ihr, und wir können dort auch nicht, ich hoffe nicht. Das junge Predja, er wurde angefrügt, an eine Zeug zu reden, und er übernimmt sich dort. Und das Wienbett wurde nie verernt, fragte die äldere Predja, wo warst du dort? Du sagst du, du steht vor, und du sagst du reden, zu duzend Menschen. Wo warst du dort, da ihr alle auf der Frieden stammt? Wo hat er gesagt, das ging am Heben hier, wenn Menschen zufrieden stammt? Ich will bloß einen, und das wieder wird die Böe anbieten. Gott will ich verherrlichen, nicht? Das soll einmal ans Ziel sein, dass wir Gott werde verherrlichen. Und ich glaube, in Wensch, wir sind von der auch, in die Ola, hey, komm, zum Gott, das geht am Gott, einfach geht es am Gott, nicht am Menschen. Weil, über Jesus, oder Gott, wird Mensch, so geht es doch am, der Menschheit, wird Gott, hier auf ihr, hat er gelebt, die Fortschreite, zu besäunen, wird Gott, hier geloten hat, was er am Fleisch wäre, was er Jesus wäre, hier auf ihr, und wird er wirklich für uns alles getan hat. So, weil wir das ganz ernst nehmen wollen, haben wir hier, von der Ola. Well, zu Dank, nicht an der Dank, fast, Uwe, und Mons Danksbotschaft, nicht? Dank, George. Naja, dort hieß ich auch vorig, wir sind zu Dankpredigen gekommen, Dankpredigen, er war, tot Abendmahl. Stimmt? Oder, wenn wir immer hier versammelt, willst du, dass die große George genannt wurde? Hier sind auch noch mal und die große George, tun wir mal wieder zuvor. Dann geht es um Menschen, und nicht um Gott. Gott ist alle Tage lecker groß, alle Tage ever rein, alle Tage genoed, alle Tage live, alle Tage, trägt er uns, und nicht um die große George, wir haben sie noch mal, aber wir wollen bloß weiter, wann er war, die große George würde sein, und dann würde die George kommen, und ich sage, sie sind ja, Gott, 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 sagt, dann ist das alles große George. Und die Bibel fängt, dass wir 100 Mal danken, Gott, gleich, das, wenn wir danken, danken. Ich habe so viele jungen Dankpredigt aufgeholt. Ich komme das immer so an, aber ich muss immer erst, dass die andere Predigt ihre Arbeit erinnert, und wir waren mit anderen Botschaft. Ich denke, du darfst, was ist das Ziel? Was soll das Ziel sein? Wel, danke? Na ja, die Bibel hat das Wort so viel, mal danke der Böden. Viel, viele Mal. Das Psalm hat das Wort danke so viel Munde werden. Gott, danke. Für alles, was Gott ge-doen hat. Sag, schick mal einmal bloß an die Bibel, Paul, sein Leben. Paul, für den Dank war das Leben. Weitja, wenn der Apostel Paul von da kann ans Predigt sein, wo er das fing, hat, am jungen, das immer schoen. Am jungen, das schoen, wann er in Gefängnis war. Am jungen, das schoen, wann er hat geschehen, für durchgereihe. Am jungen, das schoen, er war alles, weil er weiß, immer nur das Leben als was betreut. Und er war immer dankbar für das. Hörst du mal, Paulus sagt, man ist mal an die Gefängnis, hat er das schoen, physically, noch nicht mal gesäunert. Und irgendwer hat ihm das bereich, dass die schoen, die struggel, die jungen, die schoen, die schoen, die schoen, die schoen. Was da da? Schreif er den Brief, schreif er in den Haaren, sag ich, sieht man aus. Fingern am am gingen die schoen. Wandert und sie in Fleischfärten und was soll er wo ihr tun, haben Schlag gegungen, gefroren. All dort, aber anders gingen die schoen. So er checkt nur seine Bibelstädte. Kolosser dreus eventuell sagt, wo bloß der Hauptpunkt da wird und das Fahrer, wo ich nicht einmal bechecken. Kolosser 3 17 Die Kolosser Gemeinde hat viel Motto gesprek Schrift er an 17 Alles was du doen do mit danken. Alles was you do mit danken. So dass nichts anderes Leben drüht genommen würde nicht verdankbar sein. Kolosser 1 12 Dank sagt dem Voder. Der Ziel soll nach sein Dank dem Voder. ist Korinth hat hier einen dartig. Du sagst da auf die Erde oder Drentje oder Irgendwo daune dauert alles zu ihr Gottes. Zu ihrer Gottes in Dank sein sei die hat am Hohnd und Hohnd. Pfeiser Feier 29 Du rät nicht von Dank . Danke Acht hier Erste Tassalonich Kapitel 5 Versch Acht Tien Ein Farsch sei wertvoller Farsch in Vara dort Danke Wann wir mit Tres check it und das breif geschreven ist an Tassalonicher dann wird es einmal eine sehr deut Schwierigkeiten an Geruder an Erlebe Die Tassalonicher der wird einmal irgendwer hat ein falscher Lehrer der hat Tassalonicher einmal eine Botschaft gebracht dort Jesus wird Bülwara kommen Dort passiert dann alles als Jesus noch nicht lang wie in den Himmel gefahren dann predigt alle Jäumen und seht er heute post so ab dass Jesus nicht vermissen wurde der wird Bülwara kommen weil das spielt eine große Rolle an Thessalonicher dass sie wirklich nicht mehr will sich eine Brote verdäune und ohne sie so und Lüde wenn Jesus wird kommen so die Basel nicht verbief hat aber einmal hat Paulus in dem Morgen schrieb und sagt dass niemand ist dort wenn die gläubig sind wenn jede Gemeinschaft mit Jesus Christus auf den dann wollen ihr den nicht missen die woher dort an woher die Jes wird dün dass alle open bohren dass Jesus die ne war er komme das so sagt er gut und schuft und dann jahrelang die ab woher alle stone sagt das noch viel ohr Jesus wird kommen Vers 18 sie dankbar an alle Dingen denn dort ist die wahle Gottes und Christus Jesu und so wie sie dankbar an alle Dinge und gebeten Jesus wie danke dir für diesen schein am Maria wie danke dir für die scheine Versammlung hier von dem Gottes und wir danken dir für die woord für die geniode und leid und ganz besonders sagen wir danken dir dass du gebracht hast das wie meine frühen auch und diese geschwister hier alle können topkommen in uns in der hole von den woord und die von dir und schön her dank bringen und her ich will das aufmerken du bist an die lade von uns für diese versammlung wörtlich die hast alle freiheit aber wie kreu die an mit den jäsen mit den zäunen mit den weiten rauf zu kommen zu die 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 versammlung zäunen in die danken zäunen wat wir die bringen willen für die schöne abendmal für die schöne erinnerungstät wat wir an das abendmal leren tjäunen wo sei er die leuwe got die welt geluft af und die welt so leuwe die die sein in einzigen sein sein leuwen sein den eingeborenen sohn schät und die gaufe sein leuwen für uns abdot wer an am wird gläuwen in wort gläuwen nicht durft verloren worden wird nicht vielmehr in ihr leuwen zu haben und dort sein dank wird sie mit uns von dir an diesem morgen stöhnen in Namen Jesu Amen Ich will den Bibelaufschnitt lesen in 1. Koranik Kapitel 10 Versch 8 durch 12 Ich will diesen bloß auflesen hier die Versch fährt das euch an das wird der erste steht wo David der King Israel abfordert die sind ganz schuldig den großen Gott Dank Schen zu sein Versch 8 Dank den Herrn predigt seine Nume dort bekommt und der Falker seine Däune singt und spielt am dicht von all seine Wunder Riemp seinen heiligen Numen Frey die das freit sich das Hört für die den Hörn sieht er Frucht nun den Hörn und seine Kraft sieht ihn und sich alle Tid Ich denke seine Wunder der Höhle Däune Haf seine Wunder und die Rechte von seinen Müll was so wird bloß will ich die Kraft stuh einmal lesen der Ansatz soll abmuntere was David gesagt hat Danke und dann sage ich Däune die falsche all seine Wunder Däune die falsche all seine Wunder aus Wauwans mon diese Freu Freu Wann die Tio at die menschen wo Christus Tjane dort Tjume Wore Wider Saje Nu under Falk Wo Wore so Gott Tjume Tjane Wier Wir sind Falken so geliert oder abgetrocknet dort sind noch für Merach Brug wie das Wurt und an Werk Brug mit Schau Mulde von Reden und dort ist überhaupt den Präger Sinn Obert Hinger der Konzel Wir sollen dort auch hier an dieser Kroxis wie uns das ist nicht voll Maxa das nicht voll ohne Falsche oder Niemann das Kroxis oder Niemann das Wurt hier die sind hier nicht Naja Wann wir das Wurt nur bloß hier wo er bekont merken was Gott zu tun hat dann wo er die fällt ja Gott kann man tun leeren So sind down und wie wieder sei Weit woran wir von dem in Bibel haben Sind down und die jemand wieder sei ever von Jahr 3 Sind down und die Jemand ein Buch schriebe oder eine Buch evasate eine andere sprach das tun eigentlich das lesen verstehen kann Menno Simon und Martin Luther und Jonathan Edward Charles Spurgeon und all diese verfolgen die haben ihr Leben abspelt gesagt Tag für Tag dort wurde abgeschrieben dort wurde lebendig blieben dort wurde ausgespräut worden dort der Nukommende dort wurde Gottes wurde hier Tja Seid bedank schön du fern sind don es selbe wieder sei sind don es selbe wieder sei Dank schön sei für was Gott du hast soll nicht sein dort wird bloß noch mal dönen wir fern kann am joh haben eine Dank Botschaft treu mal einmal ober mal in eine Dank Predigt nie habe war ober mal joh in eine Dank Predigt und dann kommt ja noch andere Dank fass und dort sagt Gott ob an uns persönlich das Leben und dankbar das Leben zu leben für wer Gott ist es so sei wichtig und du versorst vielleicht mal ein paar Frauen haben erkannst du dass die Weile Gottes für die du bestät jeder Moment an dein Leben an alles Dank schön zu sein ohne Null ute ohne Abhieren ein Leben von dankbar für Leben als hinger Gottes danken nicht bloß einmal nicht als man denkt was Gott wünscht alle dachten von uns zu tun und wir dachten dass wir alle Gott Dank bringen aber wo wir haben wo wir Dank bringen zu Gott ohne uns einmal danken an luten für wor wir Dank schön sein oder woran wir Dank schön sein woran wir Gott wollen Dank bringen wie Marta uns einmal tun an luten worthaft er für uns tun und ich will diese Frau Frau wo würde uns will eigentlich auch so ein Mensch aus hier sein dort darf ihr vielleicht gut alle Menschen sein aber ich auch noch mal grünzen komplain verdrisslich sein so mal wir nicht mal vor die top talen weil all uns klauen all uns enttäuschen all uns angst all uns problemen all uns missachten missvertrauen all uns verwirrung uns confusion das krediseren in uns morren mal können an mein leben an dein leben an einen schluck gewachselt worden nun dankbar das leben wo wir dort luten wo wir dort luten mal alles hast dich ändern dort in die rauch von jesus können geben und nicht von mir selbst wir sind ständig mit menschen am gönne wo du kompläne grün sind dort ist so jana sieht so das ist so kost gläufe wo jana mich tun auf das mit so wo ich tun mir hat so oh hier wenn das so da ist wenn den mensch sei dort ist ein weltlicher schändlicher ding dort bringt nicht lebe für menschen dort bringt keine ihr gott ist ein pfeiser 1 vau du mon checke vie fach 1 2 vau du mo checke i pfeiser vie fach 1 2 ich wollte in sind falsch lesen dass dort eine luther bibel geschrieben ist und vielleicht auch einen dünn te plot te du schreibst die luther bibel die sage so sieht nu gottes nu fall ja os die leufe chenga wohnet an die leufe krex es christ ist an sie leufe haf in sich selbst du gebt os go en opfer gotte einen seiten geruch der schrieber der schrift hier o so sieht nu gottes ne nu fall os leufe chenga der eine plot die die bibel die 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 leufe chenga streift am immer ähnlicher te war jetzt ich muss scho streng die du noch an da du christus was immer ähnlicher war he sag ich nicht dass du was christus war aber dass du am am dollar leckne war du nur strebe das wird wenn alle uns klauen und we down und angst wenn du sein und wieder brücken und wieder lewe dann we strebe nicht du nur christus ähnlich war und wundel und lewe kriegst es die jün zu je je have wundel und lewe streift du nun so nur dort wo es sagt uns dort wenn wir streben dann brauchen wir eine Anwendung vom Aster und hier kommen das muss wir lang tre haben wir dort in Anliegen zu ver uns jank hat noch fliehen uns jank hier Santa Clara Santa Rita und Buena Vista dort brauchen Anstrengungen und ein schicke wo wir dort alle tun dort wir streben dass wir kommen können und auf hier zu kommen so sind auch die Dinge Gottes unser Dank sein Gott ein Dank bringen zu Gott braucht immer wir das Wied Achte was wir erlebt haben das wie das Wied Achte Wod wir belebt haben und dort ist so sehr wichtig doing that polis uns zu zeuer klar erklären dort so ein Wandel wandelt an der Leib Krexis Christus uns geläuft hat ganz me frell ich glaube ich habe alle Leib Liebe die haben alle Leib gefällt von jemand und er bleibt nicht immer du wie sind Menschen wir sind hier auf einer Erde wo das schlacht ist wir sind nicht im Himmel wir sind hier auf Erde wo die Feinden haben schlacht aber wir haben alle mal ein Leib gefällt was an sehr andere die ich sage noch mal wenn wir so eine schöne Leib beleven dann dann wird wir gleich wenn wir die anfrieren das ist am Leib nicht schlacht nicht schlacht nicht aber Mulder ist froh die Liebe was Paul hier sagt was wir sollen haben einer für den anderen wo wird Gott rett gewandert und die echte Liebe rett wie die andere Menschen wird wie die eigene Answirt Jesus leufe sein voller und sein Leben in der Bibel sagt hier in 2 vers Gott rett du trein ich zei zu breit leid wenn sie sich top trüe leute färken ab ihre chasse dort wird die hier donne wenn das leif ist dann rekt Gott das neu so schein ever jint wenn das leif ist das die von hier sein dann rekt Gott das schein das stink go ich so wenn wir einen bunt check die olle profite wenn sie will in Gott ein apfer bringen ein dank apfer oder ein speis apfer die welche apfer dort von ein rutsal komme Gott zu verherrlichen weil so so das ist anders wie das von der do so do das in al to bü so die apfer so die blot verjöte oder frucht und ab was am das wie aber dann würde sie den altar das was du rekt soll er brennen nach mit solv ansolven warum sie hatte diese jude wenn sie würde ansolven wenn es wird brennen das vier wo die soll merke noch stört ein rück und wenn die rück wird nach rück dann wird Gott den rück und er wird sich fre dass du mensch beirrt wird und Gott denkt dir in der studierung sag ich dass Gott rück das so scheuen dort hat uns von der und die rück die rück und Gott rück man hier selber aber uns haupt von der und da wenn wir so ans dank predigt ganz besonders über Jesus Christus für uns getan hat Jesus Christus und das wieder anst einmal wörtlich nennen zu tun sie diese dank predigt für das herrliche ober mal die man sehen dass wir danken haben dass ein mein haben und sein haben was Christus für uns getan wir können gleich auch danken wir haben das schöne Abendmahl das Brot den Wein das Gesang was du gelehrt war bin das utdeule die Gemeinschaft hat wieder das alles tun was das utdeut war das wir können sagen aber das sind noch bloß Nebensachen wenn wir Christus vergete dann das Abendmahl das ist angeviert dass Jesus Paul sagt das du mein das ist das du mein das ist aber war du und danke wo das du wenn du ab ab mal bist und die älteste du das die Lebensgeschichte verpräge wo immer heute war wo immer heute er prägen das oder sogar du nimmst die Bibel selbst und du lest die Bibel Geschichte du dörrch der Lebensgeschichte will ich sagen wo du bist du die du bist du bahn oder hast du wirklich eine Geschichte du soll wie uns am an freu hast das wirklich für uns passiert sehr wie man so ich sehe dass du nicht für eine Dank predige mir ja du in Scheun ich freie mit du du sind sieben punkte was passiert was wir sagen ist der Friedach was an herr jesus und schreit wo wir besonders sollen und denken sie die lindens geschichte ist viel gerater wenn wir denken da wenn wir da los da los nehmen von jesus da los nehmen von es am verruhen wird und es verliegen da dort ist da la bi aber wenn wir check da an lokas und johannes und matthäus sind die sieben punkte beschreven wort jesus doid aus hoi an kreiz henge doid und da habe all of what mit me to do da habe all of what mit jün to do da habe all what to do mit jeder mensch und weng doi punkte wort jesus do an kreiz judun haf havi u und weng doi punkte wot jesus und kreiz judun haf havi uch tot neud ich ne donk predig te ha nisch bloß für dat abend mal oba dat wie doi gelengert hore an zu erinnern wot tot wir sieben von die aktionen wat jesus utleve doit und chreiz vlet in de sand ola ama an de lidens jes schicht bane vond der wahl wun bloß on doi seben nu dänt jes klimbass jo do no chek wo do jesus wahn je bled rne lokas treunt fend fend du 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 ist du ish de san an under brei vork schreiber kam lokas gewählt et droent fend ich vorent artig jesus am hat vors genomen am vort fahrt gerache fährt en am vort eva je von pantheus palatus dort se am könne tem dot bringen palatus wullet nicht ob hoi sach dot de schraf jure pharisee do de dot vork eva re de eign han hat am protesting se gove nich nu en er jes reich bläuf ben gohne en gohne en ab ein sacha dit as spiet en haus en of gans des mensche de chane jesus nicht liede de han chane ge brock jesus so hoi will sigt de mensche tum die folle en leid jesus chrits bi got sim plun os am j chrits ich word as hoi un chrits for song du jink der erfahrung chrits on an ollen bibel darch as gesach warden besannas ut jesai 3 50 so de for jesus do on chrits hang doit dan sach hans dot jesus oba se foda fujaf end dan so wajte nich wot se doon jesus hung um chrits ber heng ut gestra in de foit en grotun neil darch sine heng en lange darch sine foit eva shruz darch sine foit dot de ap spets hak de neul du darch kum de røyma vire de chritsja de røyma doide dot de orbet mensche chritsjen de røyma da vire utguliert de hode ge praktis wo dat den mensch dat am de gonsten weiste en doide ze de neul darch dat dink je doch am te wele en als jesus død an chrits neul dan horen ze lange neul zeven zah lange neul dikke neul en dat doide ze boven op zin fout wo de so be dat do so schruts nan so dat mit so darch in geleng en an ap doide kom der ryt en sorg darch sin heng wo dat zah vaj dat dan horen jesus en chrit die bibel sa an so en schub wat no schlacht kom a fiat waj en stel meint dat 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 leid en hij hier buch on dat 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 Besonders, dass Jesus hier sage, der Soldat, der mich hier habe, und trittet, der wollte nicht, dass sie da sind. Er sagt, der wollte nicht, dass sie da sind. Dann sagt er, der wollte nicht, dass sie den Sohn Gottes hier trittet. Er sagt, der wollte nicht, dass sie den Sohn Gottes trittet. Verjaff ernt. Stellt ihn für Jesus am Krieg. Er sagt, der erste Raube ist der selben Raube von Jesus am Krieg. Der erste Raube ist der Fuder. Verjaff. Und hier machen wir etwas von Lernen. Wenn uns was angetan, was uns nicht interessiert, was wir uns nicht verdäunt haben, dann sagt er, mit dem Beispiel, das erste Däntchen soll seine Fuder verjaffern. Verjaff er. Stellt ihn, dass er angetan wird, wenn er das Wut prägt, was er hat der erste Fuder. Er hat das nicht aus dem Sinn durchgeschrieben. Verjaffung. So, der Fuder sieht, oder der Sohn sieht, dass er das erste Fuder verjaffte diese Menschen, sie weiß nicht, was sie tun, sie sind ausschuldig. Die wurde auch einsäunen, und die wurde Verjaffung gefangen. Wenn er an der Schnitt betet, dass er für dich, dass ich an Johannes 3 saß ging, also läuft Gott die Welt. Wenn dort die Welt an Johannes 3 saß ging, red nicht von den Tieren, von den Bäumen, das Lohn, das Bäume, das Wut, sondern von Menschen. Über die ganze Welt wurde verjaffend. Die wollten alle nicht, was sie tun. Die sind alle Ehre, die sind alle auf den Arsch, den war ich, für die Jafferend. Und die predigt, dass er am Ohr, mein Gott. Und von der sage ich, Dankeschön. Der Fuder Röp, wenn du da war, der Hangguna Lukas, der Zuck an Lukas, der hat das an 3.40 geschrieben. Hier ist ein kleiner Tversch im Tät, von was heute Redet hat, er hat er beten, für die Jafferend, er wollte nicht, was sie daunen. Von der war er verspart. Der Rösch war er, er hat er auf den Schriez gesagt, wenn er hier schriezig war. Und hier geht es wieder. Der Ebeltäter, du wirst ein Mensch, mit einem Töp, die schriezig, weil die Bibel sieht, und all und bunt all, dass Jesus mit einer der Ebeltäter gerechnet wurde. Mit der Verbrecher, mit dem hat er gelegt, geteilt wurde, und hier wartet. Und vor 3.40 sage ich, wahrlich, wahrlich sei ich die, von dem, was du mit mir am Paradies sei. Und wenn man stöhnt, mit dem hat er gelegt, was das sagt, wahrlich, wahrlich sei ich die, sage ich bloß einmal wahrlich, von dem, was du mit mir am Paradies sein. Jetzt habe ich hier, das erste, das Jesus bete, an Vergebung, und das zweite, dann kann ich dir auch gehen. Wer nur mit dem, von dem, was du mit mir am Paradies sein. Gehäuser hat dort zu einer Person, der wird am Umrufe dort und sagt, ich denke an mich, wann du an dein Weg kommst. Und er sagt, von dem, was du mit mir am Paradies sein. Janus 1, Vers 12 sagt, alle die am Umnehmen, wird er geben, der Kruf Gottes in die Finger zu sein. So, die der steht auf, und um Kretz ging dort das erste nur den Fuder, auch verheirlicht die, dass die Vergebung kommt, und das zweite ging nur den Menschen, was besiedert wird. Was du besiedert, am Gebungen wird, um Kretz, was du vorst wird, ging dort um dich. Von dem, wenn die noch mehr kommen, kann ich im Paradies sein. Das wollte ich nicht einfach überwiesen, aber von dem. Von dem, was du mit mir am Paradies sein. Und dann, gehen wir nach Johannesbrief, neben dir. Es wird durchgehauen, wenn man heute denkt, das erste ging nur den Fuder, das zweite nur den Menschen, was mit einem auf der Saal gestorben wird. Wir würden vielleicht glauben, weil wir da mit Jesus top, die 30 wäre, die wäre ab dem nächsten Punkt am Leben. Nein, die wäre nicht. Die wäre mit Jesus glücklich. Wir würden noch Menschen, die wäre in diesem Moment leer als Jesus. Waren wir nur der 30-jährige dauerne. An Johannes 19, vor der 6.20, in 7.20. Ist 7.20? Sorry, 6.20. Und ich war, weil dort ist es dann. Jesus, wir haben den Kriegsfuss, dann haben wir mit diesen Nähen, hat sich den Fuder nur an die Vergebung gefragt, hat einen Menschen, der Himmelreich aufmerkt, den war ich aufmerkt, in den Amten gekommen, dass heute das Amt in den Fuder gekommen ist. Und hier sage ich uns, an Johannes, neben dem, vor der habe ich saßend, wenn ich lese. Jesus, schick rauf vom Krieg. Irgendwo dich, wie der Krieg, du sagst, nicht her, der Früh ist. Ich stelle mir einmal fair, oder mit älter Früh ist, wo du sagst, aber sag ich, wie der Amt Jesus. Und hier hängt du nie im Krieg, und ich schick dir rauf, und dann sage ich dir, was ganz besonders auf die Erde, auf die Erde sattet. Und was sage ich dir, ganz besonders. Zin die Mutter. Vor der wir sterben, zin Joseph. Und er sagt, Johannes, und er sagt, du wirst ganz besonders, was du wirst fehlen, wenn er hier nicht mehr sein wird. Und dann sagt er hier, und saßend, finde ich, weib, siehe, das ist dein Sohn. Meint ihr, was er sagt? Er sagt nicht, Möte, er sagt, weib. Und das Wort weib, kann ich in der drüben nehmen. Und das meint in der. Und dann, vor dem, wenn ich, check da nur Johannes, und dann sagt er, Sohn, sei dort als deine Mutter. Du sagst der Mutter. Weil, was hat Jesus hier? Gemeinschaft zu bringen, ja. Vergebung geben, das himmelreich aufmerken, und da wird noch ankommen, deine Gemeinschaft aufmerken. Die der für die Gemeinschaft. Er sagt, jemand ist, wie er seine Mutter. Ich war hier nicht meine Säne, ich war hier nicht meine für die Säne. Und du warst die Gemeinschaft zu bringen. Die war dort fehlen, dass jemand für die ist. Johannes, ich war hier nicht meine Säne, die war dort an die Gemeinschaft fehlen. Ich war eine liebe Mama, du seid eine liebe Früh. Und der war die viel treuste, der war die viel Milchner, der war die viel Haupt. Aber du warst für er sorry, die Mutter, das ist lebehaft. Die war die Gemeinschaft bräuchten. Und das wird er hier deutlich. Dort woher er sagt, wap, schick einmal dort ist dein Sohn, den Sohn dort ist deine Mutter, die war die Gemeinschaft. Ich habe Angst, wenn du versagt. Aber weißt du, dort bräuchten, dort wird von der Ökka. Und wie aus da ist, als ich lese, in der Fäuser ein, als Gott seine leufe kenne, sträfte, Christus ähnlicher geworden, am ging dort an, dass wir frei waren, und am ging dort an, Liebe. Und er sagt sogar an sein Wort, und die Leute waren die Menschen, die die mir nu fallen. Heute eine Frau aus jedem um kommen, dann kommt ich zum Abendmahl, um das Gedachnis von Jesus Christus Nu zu denken. Aber ich glaube, wenn ich das Brot in den Wien drehen, dann sage ich das noch so, eine oder das andere, nee. Da das gemeinschaftlich eten, das braucht auch, dass wir, wenn wir ab Abendmahl sein, dass wir hier auch als Gemeinschaft, die Bräut ansässer hier, bei ihr, keine das Abendmahl brücken, das hat uns zu gebrochen, das Lied hat uns gebrochen, dass wir keine Gemeinschaft haben. Die römische Regierung, als Paul das Evangelium an Rom gepredigt hat, dann warte einmal an, diese Menschen, die verändern. Die sind anders geworden. Die können das nicht finden, wie ein klüger Regierung. Und haben wir das gröslich wichtig Wort gehabt, diese Menschen, das zu fern ist. Das ist aber glücklich. So was das ist, das ist die Kundschaft. Und auf Englisch sagen wir Spies. Die werden das beobachten, ein bisschen so plätsch beobachten. Und sie sehen, was passiert hier. So nun werden diese gläubige an Rom wieder die top und diese Kundschaft hat sich die nennen und beobachten, was geht an? Was wir hier sind? Was tun diese Menschen? Na ja, nun steht John Hebert hier bloß ein Predik die kann er sagen, wenn diese Kundschaft kommen dann und beobachten was tun diese Lieder hier. Und dann sollen sie den Bereich nach the Government bringen. Das ist zum Wundern. Diese Lieder kommen da alle top und die haben eine lade stuh. Eine lade stuh meine sie haben kein Bild zu umbieten. Das ist wie Amazon auf die Atari umbieten. Die haben eine lade stuh und kein Bild umbieten. Aber die reden beständig von diesem Jesus wo der an Schreiz gestorben ist und der sei den auf Gott abgeweigt und für den lewe den fall wie nun. Und das geht um Jesus. Was soll er den lewe dann? Naja sagt die Regierung das kann er verstehen. Und die Regierung kann verstehen was das meint weil sie verlangt auch tot alle mon am irret hat. So am wird bekont den Channik matriert wann Jesus sei heißt die Channik matriert. Sag ich da wo wir noch du mag nach Maya sein. Oh ja du hast noch Maya. Dei Menschen regnen sich kräg so viel. Dei leif will sich so sein. Und dann denke ich noch mal ich weiß wie ich war hier in Mexico am I tell you what would on the governments von der von der Bautraff oder Nura schrie wenn da ist eine Kundschaft da wird hier an der Zeit sind immer alle Leute aber wenn wir mal wo ein andere Top kommen had und das ein bisschen on a see da ist du eine Chance dass die können Träger sein das geht am Jesus und geht am sich am der Lauf einer zum anderen gleich haben wir zu streben du nur ähnlicher zu waren eine Apostelgeschichte wir wollen nicht lesen aber an den Kapitel an Antiochien Barnabas hat ein Evangelium an Antiochien ein ein Evangelium ein Evangelium und du wier Christ in Jerusalem in Judea rütt getrock und Angst für Paul aus heute verfall wie es soll wir werden in Antiochien getrock wenn die Menschen wird das von Jesus Christus gehalten und wie Barnabas ist und hier sind gläubige Menschen aber die sind so Flach Babys die Brücke meint die fehlt Schwander und Äther die Meier und er versteht sich nicht mit dieser Sache und Barnabas war ein von der Ersten was sich mit Paul verbinden Barnabas meint Gemeinschaft Barnabas meint unsere Mitbringe Barnabas meint unsere Mut Merke Das ist was Barnabas meint Wir sollen alle Barnabas sein wie den was hängen bliefe mit nehmen wurde So er versteht das mit dieser Person braucht bloß ein bisschen Meier Tid Das war das Versteht und dann hat Paul es geliebt und du wirst er bequert und da hat diese Christ die hier gesprengt und da eine berach Tarsus dort wo Paul dann wir eine berach Tarsus schaak und Paul sah dort so ein Antiochien kam hier sind Gläubige hier sind Christen und dann kam Paul in Barnabas und dann blieft er in die Vassetid und predigt das Evangelium da und was passiert dann die Bibel sagt an Antiochien war der day nu fall ja Jesi das erste Christ genannt und woran war er Christ genannt die die war Meinung von dort wo Christ meint Christus ähnlich ok und das ist die Christ ob das reich der wird wo das abstehen und Christus ähnlich so bist du Christus wo ähnlich und dort wird die Nuba die Ungläubige die Gäufe und die Nume diese Menschen haben so verändert so wird unruh geworden so eine schöne Gemeinschaft und sie können das Bild das noch nicht rück ist das kämpft von Jesus her so sie sind Jesus ähnlich geworden ich habe Dank schön sein für Jesus hoff diese der up gemerkt dass wir ähnlich waren früh und sehen check man die Brücke das ist die meinschaft so nun haben wir drei Dinge besäunen drei punkte eine Hach eine Glick und ein Rauf Jesus sorry für die oder nimmer feuer Matthäus 47 saß 40 27 saß 40 Matthäus Kapitel 27 versast 40 was er hat hier hat Jesus all diese drei Raupe ausgeräubt und er hat bemerkt die erste Raupe wie Foda die zweite Raupe von der Raupe wie Gemeinschaft Junt die Gemeinschaft fasch am und Gott den Foda wäre noch einmal fern up also die wach wie schmack up Jesus konnte nun den Foda reden und dann sage ich uns an Matthäus 27 dort war dies da und dann sage ich uns dort als dies war dann rupt Jesus einmal mit Lüde stamm ein Schreiber der heute Chester McCauley er sagt Jesus auf so eine Lüde schrei und er schreift an der Luther Bibel und an der einen Stunde schrie Jesus Lüde so er nicht bloß na sei mein Gott warum hast du mir verluten er schrie ich dort mit ein Bange mit Verlangen mein Gott mein Gott woran warst du verlet dort sind vier da steht kreik du an der mär Jesus ging drei mal an Gott nan und seht vor er st und mell ich das und mir verbi hat aber nicht meine Wale die Wale soll passieren weil ich glaube ich in Präger schon wurde alles lehre aber ich will da bloß noch ein bisschen an druck wenn Jesus ging am gode bäde vor da es ist mell ich dass das kreik und mir verbi hat wot von ich gedanken habe wenn ich kreik die englische Bibel sagt das kreik no das ist einfach wot meint das wo kreik dort wot kreik ja wie kreik verstanden wot wot kreik do wot an soja bäderer wien mit edig wot an a tup gerät en den soll he drängt je wot auch nicht aber wot alles wird dort wird je gode die schwierigste sein je was dort wot bloß einmal so lang soja bäder sein wie dort ever gleich das biespälde ist ein junger jungen schoft am Sibyl farm heißt vielleicht mit an der sonta und dann bitt einer von den älter man den ohn man die was hundert dolar verdäune dann eht mal diese kleine verfühlte Sibyl ab und das jung den jank hat hundert dolar so Sibyl so jäht sich tot an he nehmt Sibyl vervühlt Sibyl in Ate ab und jäht am so ekligen schmack he ein paar doss schil ist üt ge so dat seine rüte kri so dat ekel die jäht du fu te kri man wenn jesus sag lüte diesen tschel um mir verbiegen dann red er nicht bloß von ein küffel mit du im bed bet rai juz dot wut tschel jäht sag ans tschel gott sin oia wun oia johannes 3 verscha sass und wer den so gottes habe der habe das eu lebe wer den so gottes nicht haf der nicht gläuft der haf gottes oia stet ever am also wie können sei gottes sorn stet ever am aber engels sage the rat of god gottes sin rach wo wot he rach eiver do wot nicht globen mit viel vereuwig hat weil jesus sag dit soll he dre diesen wo diesen sorn gottes muss jesus absicht nehmen nicht bloß ein bit bad raven drink ne der muss maja do wie moja an der lebens geschichte den ersten drink wo jesus 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 will sein chris jesus we den schau heute sieht because we betreibung stoff bahn and he ho darch ut ge sa ich brauche keine manche von help keine help von menschen god wot me help ober einmal stotts hier ut krax es dün ag denke ma einmal ha we chine gemeins scha ma met god wo ist god gebliebe worum es hat ola so lad ich worum es hat ola so schwor worum jahre nicht ma schein wo ist god gebliebe got is kreik do but wo si act gebliebe so got got kreik do the son we new bluss do but you go and will and all the sin of sin god we is we 30 am wach the sin must betul war stop woran we to down pred come wait we dot have you that chloe that jesus on sin have gen om and betul for true we dot and what is here dan johannes 19 28 os jesus geraubt tot min god min god woran bast die verloote sei verstand die am du sei arraig das am du nach der andere etik gobe du fuiz sei dachte her op alia war dort von der autracht lute johannes 19 20 fast 28 du sag jesus an a gläubi solle du noch hör wo did jesus hoeren tun er an tun du mat wo hoi diese dinge ut sei doid die isht avia foda fejaf an mat sasha hat det voida via mat frendlich hat von del usht du mat mi am paradies sam det drar avia mat leiv je brucke un an den andren det drar avian grot det schreit fura god wo bast du je ble lebe in det fyr dag an nirgten auch und wenn ich det kom seien na mi dorst axi ut mi dorst jo when when vor so so schwor det darch go ans darch tja when we an so an streng even am jes lichen dat noch so schwor as dat ich warte wo dat ola wat zahne platz lich as ola drie ich ek leo june preders hahn flieh ola er vore en ek wans jude ola do at me mal so neudig wuta feelt en jesus feelt so neudig im bit to drink jene lappen alles dat wie ola dre ich dat my ola dre ich en he se mi dorst aber du es noch ein ding to toe ha geruts je fre o god wo best do je ble me dar is no des je man schaf wat we verher hoorden me dar is no je man schaf met den foeder so I will des je man schaf a tre ha en ad jere nu din dar is dem far en du zah han stod es is voll bracht es is voll bracht und alles bet alles has bet the englische bibel sa it is paid in fo sorry the englische bibel sa it is finished do das for ich die griechische bibel sa die versatung do das ola bet it is paid in fo ola ola man jimel woode abschreeu ola june zinde wat jih duna hoode would it maia zane swed kin ap jih duna a klo n klo goi jih sa jo n klo goi wana jih sa jih jih sa jih ola jih sa jih wast do moll streke merke fa ola dine sinde wat jih duna ha jih na ne mo sa ve sa waj 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 sa blos ve waj klo klo waj sa waj waj vun streke waj waj klo 22 Streckertjes. 22 Monate sind Leben frei gelassen. Ich frage noch einmal, muss Jesus für dort sterben? Wenn du das alles klar hast, muss Jesus für dort sterben? Dann könnt ihr den Menschen das selbst. Die Bibel sagt, der König. Der König. So unsere Sünde sind einfach so viel, als würde ich nicht weiter. Aber wo immer die Sünde sind, wo große Schuld ist, ich soll hier vielleicht mal das Billion haben, schrieben. So viel sei wie schuldig. Dort kann von uns keiner betulen. Niemals habe ich das betulen. Und auf einmal sieht Jesus, die Brüchse gleich. Das ist alle betulen. Wurde ihm doch, wie du Falken so sei und Twiwle. doch das wirklich so ist. Du hast doch in der anderen Wahrheit zu reden als Jesus. Du hast nicht. Du hast nicht in der anderen Wahrheit zu reden als Jesus, dass es bloß die Wahrheit. Weil bei uns ist es so, Ola so abgelenkt, wir kriegen eine Führbill, eine Futterbill, eine Kreditkartebill, und er wurde an der Post geschickt, und dann checken wir den ab, und dann, was ist das, war das so viel? Wo wurde er so hoch? Wo war er das betulen? Geht du gar nicht? Streng ans Ohne, nicht? Er war öde schon. Aber wir wollen nicht an Trübel kommen, denn da wird, einmal das braucht, dass wir das betulen können. Schriebe ein Check uit, vielleicht so sei. Dann checkt wir das nach der Bank. Kreibe für das an, was der Bube ist, gläbe ich da in einigen Sandmeier. Möcht ihr das? Wie betulen das? Bloß da, was du schuldig hast. ist dir das klar? Wo ist es für dich? Wann es ist? Dann schriebe ich von der sei Dankschön, Jesus, für das oder betulen. Ich glaube dir das. Du sagst, ich glaube dir das. Es ist vollbracht. Nichts ist vorig. Du brauchst nicht schreien, das kann ich ganz nicht ehrlich sagen. Du hast vorig. Nach der letzten gut, der Träne lockst, drei, wenn ich saß, für dich. Du hast aber ganz besonderes. Fünfmal, feuermal, an der der zu den Menschen reden. Zweimal zu den Vorderen, und einmal zu Gott. in der erste, in der mädelste, in der letzte Mal, die hatten Hecht. Erste Mal in dem Vorder, der mädelste Mal noch Gott, und der letzte Mal war er in dem Vorder. Vorder, ich befehle meinen Jesus an deine Hänge. Vorder mein war er, nu habe das war er alle oben. Dort ist vorig, sagt er. Dort ist oben. Ich habe verstanden, wenn Jesus sagt, ich sehe die wache in der Worder, in das Leben, in China zum Futter, dann durch mich. Durch mich. China zum Futter, dann durch mich. Dazu schön, ich will sagen, zum Schluss komme, wenn das nicht ein Dank wird, das wird, ein Dank wird sein. Ein Mal wird ein Dank wird sein. Und dann wird das einmal geben. Ein Dank geben. Wenn wir schluten, hat die fahrt hier einmal gelesen und du krieg von mit B. Die fahrt wenn wir in Heimel lesen zum schluten. Psalm 103. 3. Ich weiß nicht wie ihr an checkt wenn ihr Psalm 103 lebt. Aber ich will das nicht gut betre was du gelesen. Das ist wichtig. Vielleicht hieß ich an St. Allah so David hat die gegratste celebration, die gegratste party ever gelebt. gegratste Freulich hat ever gelebt. Dort hat ihr so Dank geschrieben deut. Loh den Herrn meine Soil sagt er. Schienbar wird nicht von seiner schönste Deel. Was David hier steht da geschrieben deut. Was wird? Warum schreibt David diesen Psalm? Er hat eine Studierung und schreibt das Psalm auf David geschrieben ganz schwanz Punkt in seinem Leben. Und wenn wir sind krank werden, dass die Kirche sind heute werden. Seine schwanz Tät am Leben wird aus Absalom sehen. Es ist eine Armee hat er gemerkt. Viele Menschen haben gesagt, kommt nach mir, kommt nach mir, kommt nach mir, wer schafft, wer ist stark merken, wer will mein Fug er dort merken. David hat eine Lebensgefahr von von Ina sehen, hat immer bloß so die Diwali gelogen. Und da steht ihm nicht um Leben. Und er hat geschrieben, kann man das nicht ab checken. du sagst, als David dort hier hat Absalom sich reit gemerkt, springt David ab und schreit ab und los uns gehen, Absalom ist hier. Niemands Eier hat er sich so abgerächt, so platzlich, so busig will er kläben. Aber das er drückt ihn an. Wie sagst du einmal den Hör haben alle ab? Ich glaube, das wird alles passieren. Er kläbt ihn wach. Und ein Tag ist einsam, allein. Das ist was Absalom will. Sie Futter wo Hör sprengen würde allein sein und dann würde er den Tja übernehmen. So hat er an Judäa ab den Stein und dachte er war voll noch. Wel kann die Depression haben immer von Depression hier. Depression hat alle Schlag hat so schwor weiß nicht wo wieder muss aber nichts was machen . Aber hier ist der gute Nurech Hei Can Gott wo die nieder ich dir wäre. Hei Can seine Säule würde bedrückt wäre. Säule den Herrn meine Säule kippen. In wort an mi es sind Nume sie Numes Absalom sie Numes Ewa alles Loh den Herrn meine Säule und verjät und nicht wo viel mal du mir all gerat habt wo viel du mir verjäft habt so er wieder sagt du die all die Sände verjäft hör ich der merkt das klar du die all deine Sände verjäft das present das nie das jem wört ich nie kriege verjibung von meiner Sände und soll du durch weiter du hast vorher verjibung zu treng du treng nie verjibung in der Lieder des Depression wort die wach nehmen beker sagt du büße du dein lebe von verdor er leist du wie ein lebe wo er muss auf werden von dem schub er wie an lebens je vor die kunde von lebe beworren die kunde von det beworren die von Absalom beworren und der war ein krone gewer und das ist ein Moment wo David wach rand nicht seine krone ab hat er tust die lote er nicht mehr an den jannik hat er tust die lote und er sagt er will tre kregen das haar das groter god der will mit du bringe und das ist ein Moment wo er in dem Baum riecht hat lange hoher und der wackel der hoher raum aus und rutscht er von den Esel rauf und der Esel raum wach reinge in my Absalom der Dood und es so dass hier das Absalom Dood ist ein roher nach graslich das soll Gottes wie haben den Javi vertrie der wird uns immer rade wo immer wir sein und dann sage ich dann du warst warst jung worden so 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 Mühl wird fräulich worden du warst jung worden so so Udler das rät von ein Stein Udler sondern glaube ich habe hier in Amerika nicht die sind South Amerika und du sind Stein Udler wo er saß schon im Darchmitte wenn er die Fläche gespräuert hat und der Stein Udler ist der Udler von der Fehl wird nicht Moser und das wenn ihr was Moser meinte der nicht Vater verlieren so auf einmal dann ist das Grote Udler wo du Tjanik ist er war alle Fehl und die war da meinte so viel Vater der Konig Meier fliehen heißt nicht Meier Tjanik und er hat sich irgendwo auf dem Stein du saß und schlone und schlone ab den Stein Fader schlone war da der Ola los und dann an der Zeit wo der Vater los er so wie dann kommen die kleine fehl die angst haben und pick die klanz du nach Ola rütt und ganz cool war und wenn er ein Tjanik fragt ihn ab nu ist er hollos die Tjanik hat seine Kroon aufgereicht und wenn er ein Tjanik fragt ihn ab was wäre kon er sich nicht an zu verstärken mit von Mies fred an städt von roi in der scheine fleisch oder was ohne fehl habe leid lutet und seine Vater war er wo so kon ab einmal war er da hoch jung geworden und fröhlich und piepte da bo war post ab hier komme in der kleine fehl war da war da was da 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 sage und wir an die niederlage nahm kommen jesus hat an sie brechen und tritt gedreht wie war ab stunden war es auf dün hat mein bet so ich gong und wir können einfach sagen danken jesus du so viel gerett hast möchte ihr in ola sehne melden kruft geben du bloß eine sart gewähne und das sind die will trimmel ab die die wird jesus checken die brücke nicht ab geben aber wans hand je nicht um je beheer how do we down could it you 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 you